In meinem letzten Bericht habe ich einen Blick auf die grundnahen Fische an den Riffen geworfen. Nun möchte ich ein paar Wasserschichten höher gehen. Mit schweren Spinnruten, entsprechenden Stationärrollen und Salzwasserwobblern oder Poppern kann man dort einigen interessanten Fischen nachstellen. Neben verschiedenen Vertretern der Barracudas unter anderem auch dem Giant Trevelli sowie verschiedenen Snapper-Arten. Auch der Cobia und die Goldmakrele sind weitere Vertreter, die im Bereich des Light Tackles gezielt beangelt werden können. In der 30 bis 50 Pfund Klasse können wir verschiedenen Stechrochen nachstellen, dem Zitronenhai oder dem Blauhai. Vor Thailand tauchen außerdem der Geigenrochen und der Sägerochen auf. Der Fächerfisch ist ein weiterer Vertreter, dem durchaus vor Thailand nachgestellt werden kann. Auch der Spierfisch kommt im Indopazifischen Raum vor, ist jedoch überall selten. Der Gelbflossenthun ist ein weiterer interessanter Vertreter, der im Indopazifischen Raum auftritt. Der Mako ist ein weiterer Vertreter der Haie, die wir vor Thailand finden können. Auch der Bogenstirnhammerhai kommt vor Thailand vor und könnte dort beangelt werden. Der Bullenhai ist sicherlich der bekannteste Vertreter aus dem Bereich der Haie. Dieser bis zu 3 Meter lange und 300 Kilo schwere Vertreter kommt recht zahlreich an den Küsten vor. Auch der Tigerhai wäre sicherlich ein interessanter Vertreter unter den Haien und auch dieser lässt sich vor Thailand beangeln. Für den blauen Marlin, den schwarzen Marlin und den gestreiften Marlin sowie die verschiedenen großen Thunfischarten hat sich derzeit noch kein Hotspot herauskristallisiert. Theoretisch könnten diese allerdings auch dort auftauchen, ebenso wie der Schwertfisch.